Das sind Menschen, die haben alles geopfert, nur wegen ihrer Religion. Sie wollten Allah und seinen Gesandten folgen. Und wenn das bedeutet, mein Haus ist weg, dann bedeutet es das. Und wenn das bedeutet, meine Familie ist weg, dann ist die Familie weg. Aber ich folge Allah und seinen Gesandten, ich kann nicht anders. Und die Leute mit dieser Krankheit im Herzen haben das gesehen und den Kopf geschüttelt. Was stimmt mit euch nicht? Was stimmt mit euch nicht, dass ihr bereit seid, Nachteile, solche Nachteile für eure Religion in Kauf zu nehmen. Das ist das Symptom, was Allah beschreibt. Und dasselbe Symptom findest du heute exakt das gleiche. Du findest eine Schwester, sie möchte Hijab tragen. Und die Familie oder Freunde oder das ganze Umfeld denkt, heute in der heutigen Zeit, weißt du, was das draußen bedeutet, wie die Leute gucken, wie willst du eine Arbeit finden, schau die ganzen Nachteile, die du riskierst dafür. Ja genau, ich mache das, weil ich Allah und seine Gesandten folge. Willst du so glauben wie die Idioten? Es ist dieselbe Einstellung dahinter. Es ist dieselbe Einstellung dahinter. Wenn jemand sagt, ich mache diesen Job nicht, weil es gibt Haram drin. Oder vielleicht bin ich ganz sicher, ob es Halal ist. Das ist gut, das Geld machen. Willst du das wirklich riskieren? Willst du so glauben wie die Idioten? Ja, diese verrückten Extremisten, die machen es, aber so sind wir doch nicht. So sind wir doch nicht. Ich kaufe kein Haus mit Zinsen. Ich habe Angst davor. Allah hat Krieg angekündigt im Koran. Und ich bin einfach vorsichtig, ich will das nicht. Willst du so glauben wie diese Leute, ernsthaft wie die? Willst du das machen? Ich schnapp mir keine Freunde, ich lebe nicht so. Ich lebe nicht dieses Leben. Und die Leute gucken dich alle schräg an. Es ist das Unverständnis der Menschen, wenn du bereit bist, für diese Religion etwas zu opfern. Wenn du bereit bist, Probleme zu kriegen und die Leute gucken dich an, als wärest du verrückt, als hättest du einen Verstand verloren. Das ist das Symptom, was Allah hier im Koran beschreibt. Du schaust herab auf die Menschen, weil sie für diese Religion Opfer bringen. Das ist ein Symptom. Das ist das Symptom.